Herzlich Willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 214. Mein Name ist René, außerdem mit dabei der Herr Dr. Wasti. Gude. Und der Herr Marvin. Hi, na? Hi. So, wir wollen noch ein bisschen über die Eintracht reden, aber bevor wir das tun, wollen wir noch was zur Folge von letzter Woche sagen. Genauer gesagt, der Marvin hat was vorbereitet. Ja, genau. Ich habe mir einfach nur ein paar Gedanken gemacht und wollte mich grundsätzlich eigentlich erstmal bedanken. Denn unsere Folge, auch gerade natürlich mit dem Schwerpunkt Özil, hat viele Reaktionen mit sich gebracht, die meisten zustimmend. Viele davon, also auch in einem sehr freundlichen Ton, aber natürlich auch ein bisschen Kritik. Und das ist erstmal, finde ich, vollkommen in Ordnung. Denn da wollte ich zu sagen, dass ich das total super finde. Wir können nicht immer aller Meinungen sein. Ich glaube, da auch gerade bei so einem schwierigen Thema gehen die Meinungen auseinander. Da waren, also gerade auf Facebook waren viele Leute, die sich zum Beispiel zum ersten Mal bei uns eingeschaltet haben, die zum ersten Mal kommentiert haben. Da waren dann auch so ein paar Sachen dabei, wo ich sage, okay, ein bisschen irritierende Wortwahl. Aber, und das muss ich sagen, finde ich richtig cool, ich habe dann versucht, dann auch mit vielen dann so persönlich in Kontakt zu treten. Und als das dann passiert ist, so im direkten Kontakt, direkter Nachricht, gab es immer Diskurs. Also ich will auch sagen, dass wir nicht mit allen auf einen Nenner gekommen sind. Aber was mir halt gut gefallen hat, ist, dass wir drüber gesprochen haben und dass wir diskutiert haben und uns ausgetauscht haben. Und das ist für mich, also sage ich mal, trotz der Tatsache, dass man vielleicht unterschiedliche Ansichten hatte, dass man trotzdem es geschafft hat, einfach miteinander zu sprechen. Weil ich glaube, in der Zeit, in der wir leben, ist es ganz wichtig, einfach miteinander zu sprechen. Und dass wir das gemacht haben, finde ich cool und dass ihr auch die Bereitschaft hattet, das sollten wir auch einfach weiter in Zukunft zu halten. Wenn ihr denkt, ah komm, das war schmuh, dann sagt uns das, dann schreibt uns das. Was dazu sind, unsere Plattformen via Facebook, auch bei Twitter, sind dazu da, dass wir mit euch in Kontakt treten. Und dass ihr auch mal sagt, nee, es hat mir nicht so gut gefallen und so weiter und so fort, damit wir uns austauschen können. Denn nur so werden wir besser. Nur so könnt ihr euch auch hier einschalten. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass es halt nicht nur ein einseitiger Kontakt hier ist, sondern eine Gegenseitigkeit sich irgendwo, ja, vielleicht befruchtet. Und deswegen, wie gesagt, Özil, das ist ein schwieriges Thema, haben wir ja auch klar und deutlich gemacht. Und deswegen ist es vollkommen okay, wenn es unterschiedliche Positionen gibt. Aber schön ist es, dass wir halt miteinander darüber gesprochen haben. Das hat mich sehr gefreut, das wollte ich jetzt eigentlich nur sagen. Und ansonsten würde ich sagen, gehen wir zum Tagesgeschäft über. Ja, ich sage auch nochmal ganz kurz, meine Ausführungen zu Uli Hoeneß waren vielleicht auch ein bisschen drüber, dass ich ihm Gewalt angedroht habe. Wenn Leute dabei waren, die das zum ersten Mal hören, können das vielleicht noch nicht so richtig einschätzen. Ich werde das nicht tun. Das ist manchmal, rege ich mich auf und dann bereue ich es irgendwie ein bisschen später. Ändert nichts an meiner Meinung zu hören jetzt, aber ich wollte nur sagen, dass auch dieser Einwand berechtigt war, dass ich hier nicht zu Gewalt aufrufen soll. Aber ich wollte das auch nur ein bisschen relativiert sehen. Ich meine das nicht wörtlich. Also ich werde niemanden mit einem Messer am Hals bilden. Keine Angst, Leute, da draußen. Grüße. Gut, dann haben wir den Punkt abgehandelt. Uli, Uli. Genau, dann kommen wir zum Tagesgeschäft. Wie Marvin das schon so schön gesagt hat, ich drehe mal mein Mikro ein bisschen runter, ich bin ein bisschen laut. Und zwar bedeutet das Tagesgeschäft für die Eintracht aktuell erstmal Trainingslager. Und zwar ist die Mannschaft ja gerade in Geis im zweiten Trainingslager der Sommervorbereitung. Und es sieht eigentlich so erstmal ganz gut aus. Was so ein bisschen irritierend für mich war und was halt auch vielleicht so ein bisschen richtungsweisend ist, war die Nachricht, die quasi mit der Abreise ins Trainingslager übereinging, nämlich dass ein Quartett an Spielern zu Hause bleiben muss und unter anderem Marc Stenderer. Da würde ich jetzt mal so ganz kühn die Behauptung aufstellen, das war er dann mit Spielern bei der Eintracht, oder? Ja, ich denke ganz sicher, dass es halt für Stenderer das jetzt leider war. Also ich denke, es gab hier genügend Chancen, genügend Optionen für ihn, dass er sich bei mittlerweile verschiedenen Trainern durchsetzt. Es gab eine sehr gute Zeit, die er hatte, die hat leider nicht so lange gehalten. In den letzten Monaten und eigentlich auch schon, kann man schon sagen, auch im letzten Jahr. Und der Kovac eigentlich kaum noch eine wirkliche Chance gehabt. Das muss man sagen, gerade bei jemandem, der immer wieder Chancen gibt, das ist schon ein deutliches Zeichen, aber auch nicht so hundertprozentig fit. Ich hatte jetzt eigentlich das Gefühl, dass er jetzt zur Sommerpause hin viel an sich gearbeitet hat, sah fitter aus als in den letzten Jahren. Aber auch hier, ich glaube, der Faktor Schnelligkeit ist ein ganz gravierender Punkt, insbesondere im System Hütter. Ich glaube, Hütter hat er das auch mal irgendwo erwähnt, dass er, das weiß ich nicht, ob er das genau gesagt hat oder ob es irgendwie ein anderer im Eintracht-Umfeld war, aber dass es mittlerweile so ist, dass wenn Spieler extrem schnell sind, aber nur okay am Ball und Spieler, die extrem geil am Ball sind, aber halt langsam sind, dass trotzdem immer die schnellen Spieler mittlerweile genommen werden in so einem dynamischen System, wie es aktuell der Fall ist. Vielleicht hat Marc Stendera da auch drunter zu leiden. Das Kapitel Stendera geht definitiv bei der Eintracht dem Ende zu. Ja, ich glaube, das hat sich auch ein bisschen angedeutet. Martin hat es schon gesagt, er ist auch unter Kovac irgendwie nicht reingekommen. Dann gab es auch irgendwie, ich versuche von Eintracht ihm irgendwie einen Ernährungsbrat an die Seite zu stellen, weil er sich ja scheinbar ein bisschen so von Pizza ernährt hat und die haben dann irgendwie tatsächlich auch seine Mülltonne kontrolliert und so ein Kram. Ja, da ob es Pizzakartons da sind, das glaube ich, war auch eher im Scherz gemeint. Aber das wurde auch schon mal erwähnt. Auf jeden Fall, was ich sagen will, es gab auf jeden Fall Ernährungsprobleme, glaube ich, bei ihm. Aber wie Marvin es sagt, das erste Bild, was ich dann von ihm gesehen habe, da sah er schon irgendwie sehr drahtig aus. Dann habe ich gedacht, gut, vielleicht will er die neue Chance nutzen beim neuen Trainer. Hat vielleicht nicht gereicht und ich würde denselben Grund vermuten, den Marvin genannt hat, dass das bei ihm die Schnelligkeit ist. Und auch die wachsende Konkurrenz. Das darf man nicht vergessen, dass sich bei uns im Maschinenraum im Mittelfeld viel getan hat. Da sind jetzt halt nicht mehr Spieler, die er leichter verdrängen kann, sondern da sind vielleicht, vielleicht ist einfach die Qualität zu hoch. Das ist gar nicht so zu sagen, dass man sagt, Stendera hat sich komplett hängen lassen, sondern dass man einfach sagt, gut, die anderen sind besser. Und wir haben ja schon gesehen, Sentimentalität hat bei der Eintracht keinen Platz, haben wir spätestens bei Alex Mayer gesehen. Das trifft Stendera jetzt auch, obwohl er ein Eigengewächs ist. Und was ich noch gehört habe, ist, dass die Eintracht seinem Knie nicht vertraut. Also dass sie denken, das ist zu instabil, als dass sie ihm jetzt irgendwie einen festen Kaderplatz dafür geben. Und ja, dann ist es vielleicht für beide Seiten auch das Beste, auch wenn ich es schade finde. Ich mochte ihn eigentlich immer ganz gerne, auch als Kicker und hoffe, dass er, weil man darf auch nicht bei ihm vergessen, wenn alle Leute immer sagen, naja, die Entwicklung stärkt nicht, der Kerl ist ja auch erst 22. Also der kann noch einen großen Schritt machen in den nächsten zwei, drei Jahren. Ich bin gespannt, wo er das macht. Ich hätte mir eigentlich das Modell gewünscht, dass man ihn irgendwie, keine Ahnung, Vertrag drei Jahre verlängern, zwei Jahre irgendwo hin ausleihen. Aber gut, will er vielleicht selber nicht, weil er jetzt vielleicht für seinen Kopf auch die Enttäuschung verarbeiten will und einen ganz kompletten Neuanfang starten will. Und ja, ich weiß nicht, also für mich hat er trotzdem noch Bundesliga-Format. Also weiß ich nicht. Ja, klar, aber es ist natürlich... Aber Hannover vielleicht einen Spieler sucht oder so. Als Spieler dann zu sagen, okay, ich kriege irgendwie vom Verein irgendwie jetzt halt nur einen Vertrag, weil sie irgendwie, was weiß ich, weil ich Eigengewächs bin. Aber ich habe ja eigentlich keine Zukunft mehr. Da ist halt auch die Frage, okay, muss ich den Weg dann wirklich gehen oder will ich dann nicht irgendwie dann doch was Eigenes dann da irgendwie draus machen? Naja, gut, der Weg ist doch krass vorgezeichnet. Also wenn er nicht mal bis zum Trainingslager geht, das ist schon wie, bitte such dir einen neuen Verein. Also deutlicher kannst du es kaum akzeptieren. Ja, klar, deswegen dann auch da irgendwie dann Vertrag und Ausleihen würde ich halt auch sagen, so sorry, ihr wollt mich nicht, dann gehe ich ganz. Aber so halbe Nummern ist halt auch irgendwie wieder blöd. Auch das ist vielleicht eher so nach dem Motto, naja, wir wollen schon noch unsere Aktien drin haben. Vielleicht treibt das auch noch so ein bisschen den Marktwert beziehungsweise die mögliche Ablösesumme in die Höhe. Ich glaube, wenn irgendein Verein sich findet, der ein bisschen Geld auf den Tisch legt und sagt, wir haben im Markt was vor, dann wird sich der Eintracht auf jeden Fall nicht dagegen sperren. Ich glaube, dass es auch hier darum geht, für ihn und für seine Zukunft was Gutes zu finden. An Kittel hat sich eine 2. Liga gut gemacht. Ich denke, dass Stendera ein potenzieller Erstligaspieler sein können in einem richtig gut angepassten System. Ich würde mir ja hier, also keine Ahnung, das kommt da drauf an. Nürnberg spielt mittlerweile auch einen relativ schnellen Ball. Vielleicht ist es bei Funkel in Düsseldorf, vielleicht wäre das eine Option. Darüber kann man nachdenken. Ich denke, gerade mit seinen Standards würde er dem Verein vielleicht gar nicht so schlecht zu Gesicht stehen. Also so zu diesem Verein, da kann ich mir das theoretisch schon ganz gut vorstellen. Ehrgeiz scheint er, wenn ich mir ihn jetzt so aktuell angucke, schon zu haben. Das ist wichtig, weil er ist, wie Basti eben gesagt hat, noch relativ jung mit seinen 22 Jahren. Da muss noch ganz schön viel kommen. Der kann jetzt nicht schon zu Hause sitzen. Nee, schon richtig. Ja, und es tut mir auch leid. Es tut mir auch leid, aber du siehst, guck mal, die Eintracht fällt diesen Entscheidung. Ob der Tatler, obgleich sie eine gewisse Notwendigkeit hat, ja eigentlich die deutschen Spieler im Kader behalten zu müssen, weil es halt diese Regel gibt, dass du so und so viele deutsche Spieler haben musst im Kader, sonst wird es eng, sonst kannst du gar nicht antreten. Aber das heißt, gleichwohl hat die Eintracht ihm hier ein deutliches Zeichen gesetzt. Krass, da geht es halt kaum. Ja, wobei, das Thema ist ja dann auch, da hast du ja auch relativ schnell gelöst, gab es ja nicht irgendwie diese Regeln mit irgendwie Jugendspielern, denen du dann irgendwie anteilig irgendwie den Satz gibst, das koste ich dann irgendwie zwischen 3.000 und 6.000 Euro im Monat, weil es da so einen fest vorgeschriebenen Monatssatz irgendwie dann für die Jugendspieler gibt. Da ziehst du halt drei aus der Jugend raus, dann kriegen die einen Profivertrag, dann hast du deine deutschen Spieler halt auch wieder voll. Ich denke auch nicht, das wäre auch ein bisschen unveringegeben. Zu sagen, okay, wir nehmen dich jetzt hier nur, weil du deutsch bist und eigentlich hast du aber keine Chance und wir brauchen aber einen Kaderspieler, weil du kannst ihm ja auch keine Einsätze irgendwo anbieten dann. Also es ist... Ne, die Konkurrenz, wie du schon gesagt hast, die Konkurrenz wird ja eigentlich von Woche zu Woche irgendwie höher. Das System Hütter setzt ja anscheinend da auch durchaus auf Pressing und auch so ein bisschen auf Geschwindigkeit. Da fällt er halt dann irgendwie raus. Ja, ich glaube, was der Marvin gesagt hat, ist ein wichtiger Punkt. Ich glaube, dass das vielleicht auch sein kann, dass das mit ihm persönlich gar nichts zu tun hat und mit seiner Fitness, selbst vielleicht nicht mit seiner Verletzungsanfälligkeit, sondern einfach, was für ein Spielertyp er ist. Weil er ist halt ein Spielertyp, der passt nicht in jedes System. Den kannst du nicht in eine Kontermannschaft stecken irgendwie. Und dass er irgendwie, ja, weil er auch so... Er ist eher einer, der kann auch mal gut auf den Ball treten, hat gute Standards. Er ist vielleicht wirklich einer für so viel Düsseldorf. Dass man sagt, okay, da kann er auch eine gute Rolle spielen, weil technisch und spielintelligent ist er schon. Vielleicht ist das halt einfach... Ja, vielleicht hat sich im Training herauskristallisiert, okay, wir gehen jetzt hier ein bisschen in die taktische Nummer rein und dafür kann ich ihn leider nicht gebrauchen. Hat vielleicht auch mit den Verantwortlichen von Eintracht unterhalten, was seine Verletzungshistorie betrifft und hat gesagt, da sehe ich den, den oder den vorne. Das ist leider ein normaler Vorgang. Ich habe immer das Gefühl, das tut bei so Spielern dann immer ein bisschen mehr weh, weil es halt ein Eigengewächs ist. Ja, aber vielleicht bin ich auch schon zu abgestumpft, als dass mich das aufregt. Aber weil man schon so viele Sachen immer gesehen hat und die Enttäuschung lässt man dann gar nicht mehr an sich ran. Und ja, ich sehe es relativ nüchtern. Mich hat es nicht mehr so krass überrascht. Also es war so, dass ich... Ich hätte vielleicht gedacht, dass er vielleicht auch nochmal eine Chance kriegt, gerade weil wir jetzt auch europäisch spielen. Aber dass er jetzt geht, hat sich jetzt... Man kann jetzt nicht verhindern, dass sich das ein bisschen angedeutet hat. Jetzt unter dem zweiten Trainer auch. Angedeutet hat sich es auf alle Fälle. Es ist halt trotzdem... Für mich ist es halt trotzdem irgendwo... Ja, ich finde es halt trotzdem nochmal extrem schade, weil er war zwischenzeitlich der hottest Commodity im Fußball halt einfach. Also ich meine, er war zwischenzeitlich wirklich, wirklich mega angesagt. Ich glaube, Red Bull Leipzig war mal dran und so weiter und so fort. Und das hat sich halt komplett ins Nachteil, ins Gegenteil gewirkt. Es ist schade, aber wir müssen das so nehmen. Ja, es ist halt Profifußball. Und wenn er bei uns keine Chance bekommt, ergibt es auch keinen Sinn, für ihn hier länger zu bleiben. Er muss jetzt seine Chance woanders sehen. Und dann geht es weiter. Ja, das ist richtig. Und da wünsche ich ihm alles Gute. Ja, wer ist noch nicht? Kamada war auch nicht dabei? Kamada ist... Kamada war nicht dabei. Mandela, wobei der ja eh ein Jugendspieler ist. Ja gut, der ist ja aber auch lange verletzt gewesen. Das war jetzt auch keine Worte. Genau, genau. Und wer war der Letzte? Da habe ich einen Artikel gerade zugemacht. Bei, bei, bei... Kamada, muss ich sagen, da wird... Ja, ich weiß gar nicht genau. Weil eigentlich hat man auch so ein bisschen gehört, dass er so teilweise schon gute Szenen haben soll, aber ihm fehlt die Wettkampfwerte. Ihn sollte man vielleicht wirklich verleihen. Den würde ich ungern direkt abgeben. Wenn du die Möglichkeit hast. Ganz ehrlich, der kann doch auch... Ach, Regota. Ach ja, Regota, ganz klar. Ja, Regota, das tut... Ja, der muss jetzt auch echt mal einen Verein finden. Und das nervt mich halt auch. Immer diese illusorischen Gehaltsvorstellungen. Alter Brudi, sei froh, dass du überhaupt noch in der Bundesliga spielst. Wenn Hannover dich haben will. Ey, was ist los? Warum denkst du so drüber nach? Das ist immer noch ein Erstligist. Da kannst du dich anbieten. Mach das sofort. Aber dann gibt es dann immer die Leute, die sagen, ja, verdiene ich nicht genug Geld. Ja, aber so bei der Eintracht rumzukicken, macht dich doch auch nicht besser. Das kann ich nicht nachvollziehen. Das macht mich echt wütend. Und bei Kamada muss ich halt echt sagen, der Junge ist 21. Den könntest du ohne Probleme, vielleicht mal jetzt gerade zu einem Verein, der es momentan echt schwer hat. Was weiß ich, Holstein Kiel. Ja, mal wechseln. Der ist doch schnell. Gib dir nochmal ein Ja zu Holstein Kiel. Ich glaube, der könnte gut helfen. Ja, also den müsste, mit dem will ich auch tatsächlich verleihen, dass er sich so ein bisschen härter abholt. Weil er ist einer, ich habe ihn jetzt ganz selten so ein bisschen, der hat ja, glaube ich, das erste Spiel bei uns sogar damals gemacht. Der hat schon gute Anlagen, finde ich. Also das ist eher, das ist für mich nicht Kategorie Hörgotha, wo ich sage, ja, der muss weg, sondern das ist so, ja, ich habe immer gehofft, dass er irgendwie in die Mannschaft reinkommt. Also ich persönlich würde ihn ungern jetzt schon aufgeben und hoffe, dass Jain da irgendwie ein cooles Modell findet. Haben wir ja mit Barkok auch gefunden. Also Barkok, auch wenn er sich jetzt leider verletzt hat. Aber wer weiß, weil das geht schneller, als man denkt, glaube ich. Dass du, wenn du einen Spieler verletzt hast, auf einmal geht ab, dann bist du froh, dass du ihn hast. Also das kann wirklich sein. Also das ist dann so ein, das kann übrigens im Stilandär auch passieren, wenn er jetzt wechselt, dass er dann plötzlich wirklich durchstartet. Ist halt immer so dann. Gibt es dann die Leute, die sich immer beschweren, aber das weiß man halt jetzt noch nicht. Gut, ich wollte auch eigentlich nur sagen, lange Rede, kurzer Sinn, dass ich Kamada noch nicht aufgeben würde, weil ich ihn für einen interessanten Spieler halte. Der hat gerade diese vakante Außenposition eigentlich, den könnte man ihm eigentlich, glaube ich, trotzdem anlernen, sage ich mal. Ja, aber halt jetzt nicht in dieser Saison. Und da wäre es halt gut, wenn er mal ein Jahr vielleicht wirklich in der zweiten Liga sich mal umschaut. Ich glaube, das wäre überhaupt nicht verkehrt, der junge Vertrag bis 2021. Das heißt also ein Jahr verleihen und dann wieder weitersehen, wo er ihn hat. Genau, was dann jetzt, wer zwar mit ins Trainingslager gefahren ist, aber noch Individualtraining macht, ist leider nach wie vor noch unser Keeper. Aussage von Adi Hütter, die ich ja jetzt zuletzt gelesen und gehört habe, war von wegen, noch mache ich mir keine Sorgen. Dieses Wörtchen noch stört mich da so ein bisschen bei. Ja. Ja, wird halt, also mit diesem, mit dieser Aussage wird halt momentan extrem viel gespielt, ne? Ja. Also du siehst halt schon, wenn dann wieder die Gerüchte um Kevin Trapp aus dem Boden sprießen. Naja, also natürlich, wenn du so jemanden bekommen könntest, darüber haben wir schon mal gesprochen. Ja. Aber du bist auch nicht blöd. Also ich meine, du hast jetzt einen guten zweiten Torhüter geholt mit Felix Wiedwald. Ich wollte gerade sagen, wir haben noch eine gute Nummer zwei. Und du hast jetzt den Italiener geholt, den 16-Jährigen. Also wer weiß, was das, guck mal, der Junge ist, ich natürlich, ich will jetzt nichts sagen, aber der ist jetzt auch im Trainingslager dabei. wollte ich gerade sagen. Aber der ist 16 fucking Jahre und ist jetzt schon größer als ich. Und der hat davor bei Juve gespielt, also er hat auch keine Kraut- und Rüben-Mannschaft. Ja, keine Ahnung, kann doch mal mega geil sein, dass du den erstmal im Trainingslager dabei hast und mal schaust, wie er sich so macht. Der ist ja nur hier wegen seinem Vater, glaube ich, weil der hier arbeitet, aber lieber Leute. Also ich würde jetzt keinen neuen Torhüter holen. Also das finde ich auch ein bisschen respektlos, Wiedwald gegenüber. Also das fand ich so ein bisschen so zu denken, oh Gott, da müssen wir uns Gedanken machen. Wenn man eine Nummer zwei holt, dann muss man auch nur rechnen, dass sie vielleicht mal drei Spiele macht. Das wäre natürlich nicht optimal, weil sich die Mannschaft am Anfang der Saison eigentlich einspielen soll, gerade im Verbund hinten. Gerade wenn du so ein Pressingsystem, wie wir es anscheinend haben, ein bisschen einüben wollen, spielst, weil da müssen die Abstimmungen schon ein bisschen stimmen, weil manchmal auch der Torwart ein Stück weit irgendwie rauskommen muss, um gewisse Bereiche des Platzes abzudecken, um nicht entgegen Konter zu laufen. Aber ja, das Ding, ich glaube, weiß der René, wie der René, die Aussage, die nicht gepasst hat, René, das ist genau das, mir ist das genauso aufgestoßen. Eigentlich würde ich komplett ignorieren und denken, ja, es ist in Ordnung, aber wir haben das hier in Frankfurt schon einmal zu viel gehört. Also dieses, der Marco Fabian, der kommt bald zurück, zack, fünf Monate später. Ja, beim Abraham ist auch nichts Schlimmes. Zack, fällt der fast die komplette Rückrunde am Anfang da aus. Also das war immer dieses Beschwichtigen, ja, ist alles neu und dann wundern wir uns. Das war, glaube ich, bei wem war das noch so? Egal, auf jeden Fall, das ist genau das, da hast du dann irgendwie Angst, dass die nach außen nicht ehrlich genug kommunizieren und dann plötzlich denkst du, oh Gott, jetzt fällt der vielleicht, keine Ahnung, drei Monate aus, weil dann sieht die Sache schon wieder anders aus, weil dann fällt der ja praktisch gesehen eigentlich die ganze Saison aus, weil dann du in der Hinrunde dich eigentlich einspielst und wenn er dann erst zur Rückrunde fit wird, dann mitten in der Saison umzustellen, dann würde ich diese Gedanken haben, wo ich dann sagen würde, okay, da müssen wir uns vielleicht wirklich jemanden auslernen, eine neue Nummer eins, weil Witwiedwald eine ganze Saison will ich auch nicht unbedingt. Also muss ich auch ganz ehrlich sagen, für drei, vier Spiele ist das eine ordentliche Sache. Ich würde jetzt halt eigentlich auch wirklich gerade auf der Position jemanden haben, der auch so ein bisschen die internationalen, die internationale Luft schon mal geschnuppert hat, gerade auch mit Blick auf Euroleague und so weiter, da will sie jetzt auch nicht irgendwie, ja eben. Zwar einen soliden Bundesliga-Torwart, aber das ist halt auch eher so Mittelfeld. Ja und deswegen hoffe ich einfach, dass bei Rönne nichts Schlimmes ist, dann ist das alles egal. Aber. Ist trotzdem nicht optimal. Es ist nicht optimal, aber noch haben wir ein bisschen Luft und wenn man das jetzt irgendwie so ein bisschen in den Griff kriegt, dann und er jetzt langsam dann auch mit der Mannschaft trainieren kann, dann kommt da glaube ich dann auch noch rein. Also die Chance sollte noch da sein. Also das sollte zumindest der Fahrplan sein, zu denken, okay, selbst wenn er im Supercup und selbst wenn er in Ulm nicht spielt, meine Güte, aber es sollte schon ziemlich klar sein, dass er eigentlich zum ersten Bundesliga-Spieltag fit ist, um, dass man vielleicht denkt, okay, dann sind alle beruhigt und dass das sich nicht so tröpfelt. Das will ich halt nicht. Dann sollte ich es gleich sagen. Dann sollte ich sagen, es kann sein, dass er zwei Monate ausfällt und nicht dieses nach dem ersten Spieltag, ja wir hoffen, dass du dann nächste Woche wieder da bist, dann sagen, ja nach der Länderspielpause, bla 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 bla. Also das wäre blöd. Gehe ich jetzt aber auch einfach mal positiverweise nicht von aus. Also ich meine, es ist, ja genau, und gehe ich jetzt positiverweise auch nicht von aus. Die Sache ist aber schon krass, wenn du dir überlegst, dass Kevin Trapp nicht nur, also ich meine, Kevin Trapp ist jetzt einer von fünf Torhütern bei Paris. Und Paris hat halt Buffon verpflichtet. Ja, da kommst du an den Lebtag doch da nicht gegen. Naja gut, Areola wird schon die Nummer 1 sein. Nächstes Jahr schon. Ja, aber der ist ja auch jetzt, der wird keine fünf Jahre mehr da spielen. Nee, aber trotzdem ist es halt, für ihn ist es halt schwer, Alphonse Areola ist ja der, der halt konsequent aufgebaut werden soll. Das ist natürlich geil mit Buffon, vielleicht teilen die sich das so ein bisschen auf. Buffon kann Liga spielen oder so oder was weiß ich, aber für Kevin Trapp ist da kaum noch Platz. Also ganz ehrlich, da ist überhaupt kein Platz mehr. Du hast den Areola als Nummer 1, du hast einen Buffon in der Hinterhand. Welche Argumentation sollte es denn bitte geben, dass du einen Kevin Trapp einem Buffon vorziehst? Ja. Ja, also selbst mit 52 wird der dich im Tor immer noch nass machen. Ja, also das ist halt, also für ihn ist es eine scheiß Situation, das heißt, es kann für uns, dieses Transferfenster könnte sich vielleicht noch irgendwie öffnen, ja, du weißt nie, wie das sich noch entwickelt. Wenn, dann kann man immer noch drüber nachdenken, aber ansonsten verfahren wir erstmal in dem System, was Basti gesagt hat. Genau, der Vorteil dabei wäre, Paris ist nicht aufs Geld angewiesen, die haben sowieso irgendwie den Keller voll, also von daher. Ja, aber da darf man sich nicht täuschen. Nee. Sind oft die Geizigsten. Ja, gut. Ich erinnere an Felix Magath, der uns mal irgendeinen Spieler nicht freigeben wollte, ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Perfekte Überleitung, speaking von Felix Magath, wir haben einen ehemaligen Weggefährten von ihm wieder im Staff, wir hatten uns ja in der letzten, war es in der letzten, oder in der vorletzten, ich glaube in der letzten, darüber unterhalten, dass der von uns so gelobte Fitness- und Athletiktrainer, den wir von Gladbach verpflichtet haben, wieder mal gegangen wurde von Adi Hütter, so mehr oder weniger, und es gibt jetzt einen neuen Athletiktrainer, die Koryphäe am Markt, Werner Leutert, der jahrelang Athletiktrainer neben Felix Magath war. Schön. Schön. Ne? Ja, was soll ich dazu sagen? Ich weiß es auch nicht, ich kann das gar nicht einschätzen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin schon wieder in der Sommerpause, mega überdrüssig. Mich nervt es, dass diese scheiße Wasserstandsmeldung, ja, neuen Fitness, ja, leckt mich alles, ist mir scheißegal, ich will, dass die Eintracht auf den Punkt fit ist für die nächsten Spiele, ich will, dass die wissen, was Sache ist, dass die Transfers bald eingetütet werden, die noch gemacht werden müssen, ist mir echt egal, ob die jetzt einen Fitnesstrainer geholt haben, ich brauche auch nicht diese scheiß Übertragung bei Facebook, ja, hier Trainingslager, Livestream, Alter, seid ihr denn alle komplett bescheuert? Ich habe auch echt überhaupt keinen Bock auf diese Berichterstattung bei eintracht.de, ja, Training mit dem und dem und so weiter und so fort, mittlerweile habe ich das Gefühl, als würde ja Eintracht komplett die Marketing, nicht die Marketing, aber die journalistische Führung hier übernehmen, ja, und also, ich brauche bei der Eintracht, ich brauche bei eintracht.de doch gar keinen Artikel lesen, was kommt denn dabei rum? Da ist doch ganz klar, dass da nichts irgendwie kritisch passiert, ja, okay, vielleicht muss man das noch machen, ich glaube, es gibt eine große Menge an Leuten, die das total lustig und toll finden oder so, aber bei mir gibt es nichts, also es gibt mir halt überhaupt gar nichts und das will ich auch gar nicht lesen und das nervt mich eher und ich brauche dann auch so eine Meldung, dass wir jetzt einen neuen Fitnesscoach haben und nicht aufbauschen, bevor ich nicht weiß, was er gerissen hat. Es wird interessant sein zu sehen, ob im 20. Spieltag, 23. Spieltag, wenn wir eine Dreifachbelastung haben, wie er es da geschafft hat, dass die Leute immer noch bis zur 90. Minute gehen können. Ja, nicht nur das, sondern auch mit dem Fakt verbunden, dass wir eher Pressing und so weiter spielen, hast man natürlich dann auch eher so die Situation, wo du natürlich dann auch so ein bisschen, ja, noch mehr Laufintensität, aber halt auch einfach gucken musst, dass du da Verletzungen irgendwie vorbeugst. Also könnte schon... Ja, es ist keine schlechte Verpflichtung. Also man muss auch sagen, dass er auf seinem Gebiet schon ein Name ist. Also er ist kein unbekannter Name. Ich glaube schon Schalke, Wolfsburg, München, überall gearbeitet. Ja, ich weiß nicht. Also mein Eindruck von Hitta ist eigentlich ganz gut. Das Einzige, was mich immer, was mich in der Berichterstattung gerade so ein bisschen irritiert, ist dieses, ja, es gibt kein Yoga mehr, keine CK-Werte, kein Dies mehr, kein Das mehr. Also das mag alles seiner Philosophie entsprechen. Ich fand aber eigentlich ganz geil, dass teilweise die Eintracht in diese Richtung gegangen ist. In Sachen Prävention, in Sachen Yoga, auch neben dem Platz, sich irgendwie den Horizont zu erweitern. Da habe ich das Gefühl, das betreffend ist, dazu passt auch die Verpflichtung, wenn jemand mit Felix Maga zusammengearbeitet hat. Ja, das ist so vielleicht ein bisschen wieder in die konservative Richtung gedacht, was nicht schlecht sein muss. Nur weil du irgendwie eine Yoga-Figur kannst, gewinnst du kein Spiel. Trotzdem, ich persönlich fand es teilweise sehr interessant, wenn die Eintracht in vielen Bereichen neue Wege gegangen ist. Das scheint unter Hütter jetzt nicht mehr der Fall zu sein. Wie gesagt, ist aber auch nur eine komplett persönliche Bewertung, soll jetzt kein Schreckensszenario sein. Es ist nur irgendwas, was mir aufgefallen ist, dass das, ja, so ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen entschleunigt wird. der Weg, den Kovac hier teilweise an gewissen Stellen eingeschlagen hat. Da kann man natürlich drüber diskutieren, was überhaupt sinnvoll ist und was nicht, aber ist mir auf jeden Fall aufgefallen und werde ich weiter beobachten. Fand ich interessant und da ist genau diese Verpflichtung mit reingeplatzt. Aber gut, solange er uns die Spieler fit genug für Europa macht und die Verletzungen zurückgehen, ist alles noch größe. Genau. Dann haben wir noch zwei weitere Verpflichtungen beziehungsweise Ausleihen. Alain oder Ellen, nennen wir ihn Ellen, ist jetzt... Alan. 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 Ich muss immer... Alan. Alan. Ich muss immer Ellen sagen und an dieses komische YouTube-Video mit den zwei Schotten im Fahrstuhl denken, aber das war was anderes. Ist jetzt ausgeliehen bis Jahresende und Geraldess, über den wir auch letzte Woche schon gesprochen haben, ebenfalls ausgeliehen. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe und da nicht irgendwas überlesen habe, bei beiden nix mit Kaufoptionen. Tja. Ich glaube, dass wir Geraldess überhaupt bekommen haben, ist schon... Ist schon... eine geile Nummer. Ich habe irgendwie ein megagutes Gefühl bei dem. Ich kann das gar nicht so wirklich... Ich kann das gar nicht so wirklich auf den Punkt bringen, aber ich habe so von... ein bisschen so gelesen, habe so quer gesehen, habe ich schon ein richtig gutes Gefühl. Der Typ ist ein megaspritziger Typ. Der ist... Der hat richtig Bock auf diese Aufgabe jetzt und es hat jetzt auch... Es hat schon, sage ich mal, ein bisschen einen Grund, warum er eigentlich eine relativ höhere Ausstiegsklausel hat. Ich denke, der kann uns extrem viel Freude bereiten. Der sieht... Also für mich sieht der aus wie ein Starspieler. Ich kann... Ich kann... Das ist schwer zu greifen für mich, aber ich glaube, der Junge wird uns auch gerade international extrem viel Freude bereiten. Und Alain ist halt schon eine relativ sichere Bank jetzt. Wurde lange noch getestet, das mag ich, dass wir uns hier die Zeit genommen haben zu schauen, passt er zu uns, passt er in dieses Konzept. Das Urteil ist offensichtlich positiv ausgefallen. Ah ja, ist jetzt kein großartiges Risiko, kann man machen. Das ist eine weitere Option fürs zentrale beziehungsweise auch in Teilen defensives Mittelfeld. Okay. Ja, finde ich auch. Das sind beides angenehme Verpflichtungen. Also, bei Alain muss man sagen, hört man von Klopp ja nur Gutes, dass er zumindest ein cooler Typ sein soll. Die Berliner, da gibt es so geteilte Echos, dass er es irgendwie nicht ganz gepackt hat. Aber wie der Marvin es gesagt hat, da gehe ich einfach mal davon aus, dass die Leute, die Trainer, das Trainerteam, das viel, viel besser beurteilen können, als wir. Und wenn sie denken, dass zum Beispiel irgendwie jemand wie Alain uns mehr helfen kann als Schendera, muss ich das heute glauben. Also, das ist, wie gesagt, wenn er jetzt eine Bratwurst-Saison spielt, kann ich mich am Ende immer noch hinstellen und sagen, ja Leute, was war das denn? Aber es ist jetzt trotzdem nichts, was ich von Anfang an kritisieren würde. Ich hätte, für mich wirkt er auch wie ein cooler Typ. Ich glaube, das kann auch für die Kabine ein guter Spieler sein, um so den Teamspirit und so ein bisschen die Laune oben zu halten. Und man darf auch nicht vergessen, dass er aber in Brasilien die U-Mannschaften trotzdem durchlaufen hat. Das heißt, zumindest technisch gesehen könnte er einigermaßen fresh sein. Und vielleicht passt Hütter das besser. Vielleicht passt dieser Spielertyp besser. Dann bin ich gerne bereit dem Trainers Vertrauen. Und Geraldes, da geht es mir ähnlich wie dem Marvin. Man weiß natürlich nicht ganz krass viel, weil er klein in Portugal unterwegs war und da, selbst da, bei seinem Stammverein nicht so viel gespielt hat und ausgeliehen war. Aber der wirkt, ja, und alles, was man so liest und auch von Portugiesen selber hört, also das ist jemand, der, glaube ich, echt gut kicken kann. Den man halt wirklich nur so ein bisschen für die Bundesliga, ja, wie soll ich es nennen, körperlich fit machen muss. Da, glaube ich, ehrlich gesagt, dass das nicht so schnell gehen wird. Ich befürchte, dass er vielleicht so nach 6, 7, 8 Spielen, dann, ich weiß nicht, ich gehe davon aus, dass er sofort Stamm spielt, aber der wird vielleicht am Anfang noch so ein bisschen sein Problem kriegen. Stammt haben wir, die Stammt haben, darauf bereite ich mich zumindest vor, um nicht zu schnell enttäuscht zu sein, aber was man bei ihm vielleicht auch anmerken kann, ich hätte das Gefühl, das ist einer, der könnte auch endlich mal wieder einen Freistoß vor schießen nach gefühlt 40 Jahren, einen direkten, also, wisst ihr, was ich meine? Weil jetzt haben wir mit De Guzman und ihm und sogar Alain, glaube ich, drei, die einigermaßen gut Standards schlagen können, das kann echt vom Vorteil sein, auch gerade in engen Spielen oder Spielen, wo man irgendwie, wo einem nicht mehr so viel Luft hat, dafür ist er ganz gut und ich glaube, ja, also ich glaube, dass er vom Mosaikstück her eigentlich unser Prinzersatz ist, zumindest spielerisch, dass er eigentlich der prägende Kopf im Mittelfeld werden soll und da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt, wie er mit der Rolle umgeht. Ja, aber es gibt wirklich momentan nichts, wo ich sage, boah, nee, das geht gar nicht. Das hatten wir ja auch noch nicht. Das muss man ja auch mal, auch festhalten. Normalerweise vor jeder Saison Katastrophe, Gottes Willen. Ja, da hast du immer mindestens einen oder zwei dabei, wo du dir einfach über den Kopf zusammen schlägst. Genau, wo du gesagt hast, was ist denn das für eine Bratwurst? Ja, und jetzt hast du irgendwie das Gefühl, das ist schon in sich stimmig und klar kann das alles noch schief gehen, aber es ist ja trotzdem so, es ist zumindest nicht vorher schon absehbar, sondern das sind alles einzelne Spieler, wo man denkt, okay, das kann gut aussehen und so viel Geld haben wir ja wirklich dann da auch noch nicht ausgegeben. Was uns vielleicht im Winter dann auch helfen kann, wenn wir da nachbessern müssen. Wir haben jetzt, und was ich abschließend noch sagen wollte, war, dass mit Geraldes, mit der, ich glaube, die Transferverhandlungen waren in dem Sinne auch schwierig, dass es da, glaube ich, sehr, sehr viel Stress gab. Die hatten doch auch irgendwie, glaube ich, Stress mit den Fans, dann sind irgendwie sogar Spieler angegriffen worden, die dann fristlos kündigen wollten. Und das Präsidium ist quasi momentan so ein bisschen auf der Kippe, weil es da auch Gegenbewegungen gibt und ich glaube einfach, dass mit dem aktuellen Präsidium, wer weiß, wie lange das noch da ist, einfach die Verhandlungen nicht zu machen waren, weil die vielleicht sowas gebraucht haben, dass die Stimmung nicht noch mehr kippt, hätten die uns den jetzt vielleicht für sechs Minuten verkauft. Dass man dann denkt, okay, dann bricht es bei denen alles zusammen, die brauchten vielleicht diesen symbolischen Move und die Eidrat spekuliert vielleicht wirklich darauf, da weiß ich welche Quellen, dass die Verhandlungspartner nächsten Sommer ganz andere sind und dass man bei den Verhandlungen dann vielleicht sogar den Spieler auf seiner Seite hat, um irgendwie zu sagen, ey, der fühlt sich hier krass wohl und das muss man sagen, das hat Hübner schon immer gut gemacht. Ja, also der hat schon immer gut gemacht, dass er bei Rebic hat das hinkriegt, damals bei Bamba anders von erinnere ich mich auch noch. Also hieß es doch, Gladbach hat die auch schließlich gesagt, die zahlen mir erstmal nicht und am Ende kam er doch. Klar, mit einem blöden Ausgang, weil er verletzt war, aber ich meinte jetzt nur vom Verhandlungsgeschick. Ja. Trau ich Hübner schon im nächsten Sommer zu, wenn er den wirklich haben will, dass er den zu besseren Konditionen im nächsten Sommer kriegt, als jetzt aktuell mit dem unter Druck stehenden Präsidium. Von daher bin ich da auch noch entspannt. Sie wollten ihn ja, wenn ich das so richtig gelesen habe, ja sogar im letzten Sommer schon haben, da hat es ja irgendwie gar nicht funktioniert, jetzt haben wir ja immerhin die Laie und gucken wir mal, was dann der nächste Schritt da ist. Ja. Du hattest gerade eben angesprochen, dass wir noch nicht so viel Geld ausgegeben haben, dass uns das im Winter helfen könnte. Vielleicht könnte es uns auch noch im Sommer helfen. Da wird ja noch dieser englisch klingende Spieler Keane von Juventus irgendwie gerade gehandelt. Hübner muss wohl auch bestätigt haben, dass man durchaus Interesse hat. Ich frage mich zum einen, zwölf Millionen, wirklich? Und auf der anderen Seite, brauchen wir noch einen Mittelstürmer? Weil eigentlich sehe ich im Sturm da schon eine ganze Menge Leute irgendwie rumhüppen. Also Moise Keane ist ja ein Spieler, der eigentlich als Mittelstürmer unterwegs ist, ja. Und da ist natürlich die Position schon relativ begrenzt. Wir haben den Patientia, der ja genau die gleiche Position bekleidet. Gut, Keane kann anscheinend auch auf der Linksaußenposition unterwegs sein. Also vielleicht hier eine Option, falls Rebic jetzt mal geht. Die Sache ist halt jetzt, wir müssen da jetzt auch mal ins Eingemachte gehen. Wir haben jetzt nicht mehr so viel Zeit. Wir haben jetzt der 31. Juli, wenn die Leute das hören, ist jetzt wahrscheinlich schon August. Vielleicht hören uns ja ein paar Leute live zu. Okay, alles cool. Aber danach geht es dann schon rund, weil die Premier League hat einige Wochen früher Transferschluss, als es bei uns der Fall ist, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich glaube, die haben nur noch so roundabout zwei Wochen. Ich meine Mitte August gelesen zu haben. Ich checke das gerade nochmal. Und ich habe halt ehrlich gesagt, wir haben es ja letzte Woche schon mal so ein bisschen das Horrorszenario uns bebildert. Da haben wir schon gedacht, na gut, kann ja gut sein, dass der Typ halt, dass Rebic halt dann doch eher zu Bayern wechselt. Ja, aber falls es halt nicht so ist und falls wir noch mal ein paar Millionen mehr irgendwie abkassieren wollen, müssen wir eigentlich sehen, dass wir den jetzt irgendwie nach England oder so verkaufen, weil da sitzt das Geld noch ein bisschen lockerer. Wenn ich mir jetzt schon wieder anschaue, welche unbekannten Spiele. Nein, okay, nicht unbekannt, aber für mich, ehrlich gesagt, spielen die für mich kaum eine Rolle. Den ganzen Mainzer da, dass die jetzt schon wieder extrem viel Geld geboten haben für so ein Mainzer-Spiele. Der mag gut sein, ja, aber meine Güte, Rebic hat fucking Fußball-Weltmeisterschaftsfinale gespielt. Ja, warum ist es so schwer, dass die einfach mal ein bisschen Geld hinblättern und wir alle zufrieden sind? Warum dauert das jetzt schon wieder so lange? Das nervt mich und ich hoffe, dass da sich noch ein englischer Klub findet, der nochmal ein bisschen Geld reinbuttert, dass der dann für Rebic auch nicht verkehrt. Und dann kommt ein bisschen was ins Rollen. Dann kann das auch sein, dass wir dann gar nicht über zwölf Millionen für Moise Kean im negativen Sinne zu sprechen, sondern sagen, na gut, okay, das ist einer der hottest, hottesten, heißen jungen Leute mit 18 Jahren. Das ist auch krass, ne? Der ist erst nach, dann nach Millennium ist der erst, ja, aus dem Mutterbauch entwachsen, um es mal so zu sagen, ja. Crazy Shit. Da waren wir schon alle mehr oder weniger volljährig. Ich weiß, René, du hast da schon ganz andere Sachen gemacht, aber... Das willst du nicht wissen. Ja, aber, ne, ich meine, das ist vielleicht ein geiler Typ, ja, und man hat ja schon extrem viel Positives gehört. Also, dann relativiert sich das dann halt wieder. Ja, ich habe gerade eben nochmal nachgelesen, in der Tat, schließt für Einkäufe das Transferfenster am 9.8. Am 9. nur heilige Kacke. Genau, aber verkaufen kann man, nach dem, was ich gelesen habe, wohl noch bis zum 31. Aber wir wollen ja verkaufen. Wir wollen ja verkaufen. Und die müssen uns kaufen. Ja, das finde ich eine ganz spannende Thematik und ich weiß gar nicht, glaubt ihr, dass das zusammenhängt, diese zwei Spieler? Weil, wie ihr es schon gesagt habt, er scheint ja eher Typ Mittelstürmer zu sein, der auch auf die Außen ausweichen kann. Ich sehe ihn so ein bisschen wie Jovic, ein bisschen so, dass er eigentlich Mittelstürmer ist, aber zur Not kann er dann auch Außen spielen. Ja, aber die Frage ist halt, vielleicht ist er gar nicht dafür gedacht, vielleicht ist das auch ein Spieler, dem wir einfach nur ausleihen für einigermaßen niedriges Geld, dass er vielleicht gar nicht der Rebic Ersatz ist, den man dann kauft. Weil ich glaube, da wird dann schon eine Oblösesumme von 20 Millionen irgendwie aufgerufen. Weil wir, glaube ich, auch nicht die Einzigen sind. Ich glaube, Neapel wurde auch angeboten und man darf bei ihm auch nicht vergessen, wer der Berater ist. Also, ich würde ungern mit Mino Raiola verhandeln wollen, weil der zieht dir ja beim Verhandeln noch die Hosen aus und klaut dein Auto noch, wenn er wegfährt. Also, das ist keiner, der mit dem du, glaube ich, einen fairen Deal aushandeln kannst. Das hat, glaube ich, Dortmund bei Mkhitaryan am eigenen Leibe erfahren. Ja, das stimmt. Und alle Vereine auf der Welt, die irgendwie, keine Ahnung, die Balotellis dieser Welt irgendwie verpflichten wollten. Das ist, ja, das ist ein zweischneidiges Schwert. Ist ein sehr interessanter Spieler, der, glaube ich, René hat es auch vorhin, glaube ich, in der Vordersendung gesagt, auch unter den Top 20 europäischen Talenten gehandelt wird. Das wäre natürlich ein Ausrufezeichen, wenn er bei der Eintracht landet, zu denken, ey, krass. Und mit Juventus, ja, hatten wir ja immer mal wieder, sage ich mal, zumindest in der Vergangenheit, ein angeblich gutes Verhältnis. Wer weiß, vielleicht sehen die auch, okay, guck mal, was Real mit Valejo gemacht hat. Guck mal, wie Jovic sich entwickelt hat. Und selbst Rebic haben die hinbekommen. Vielleicht denken die, okay, ey, wir leihen euch den zwei Jahre und erhaufen sich davon was. Ich sehe ihn trotzdem, ehrlich gesagt, nicht als Rebic-Ersatz. Also es wäre nicht, dass ich denken würde, okay, Rebic verkaufen, ihn verpflichten, das wäre es für mich nicht. Das wäre es für mich nicht. Und was der Marvin gesagt hat, es gibt in England keine Neuigkeiten. Das lässt mich befürchten, oh, oh, ist in der Bayern-Sache vielleicht doch was dran, weil ich hier mich jetzt auch gelesen habe, dass Mourinho Rebic angeblich abgelehnt haben soll und gesagt hat, er will andere haben. Das ist ihm nicht spektakulär genug, gerade im Wettrüsten mit seinem Erzfeind Guardiola und dem Erzfeind von Manchester United Man City. Kannst du, glaube ich, die Fans mit einem Ante Rebic nicht beruhigen. Also das ist Mourinho, nicht so ganz das Sternchen, ne. Ja, man darf bei Mourinho leider auch das Ego nicht vergessen, was so Transfers dann irgendwie nach außen tragen. Zu denken, ey, das ist teilweise auch so ein, ja, das ist so bei ihm auch so eine Art Wettrüsten im Sinne von, ich zeige euch auch mal, was für Spieler ich holen kann, bla, bla. Ich bin da sehr, sehr, sehr gespannt. Ich rechne mittlerweile fast gar nicht mehr damit, dass er zu Manchester United geht. Ein anderer englischer Verein, außer, ja, Tottenham vielleicht oder Arsenal, fällt mir aber dann auch keiner mehr ein. Und dann lande ich entweder dabei, dass er zu Bayern geht, was ich am allerschlimmsten finden würde, weil die, glaube ich, auch dann wirklich ein bisschen weniger zahlen. Aber halt am wahrscheinlichsten. Aber eine Variante könnte er trotzdem, vielleicht bleibt er auch. Also wer weiß. Ja. Wer weiß das schon. Vielleicht ist für, ist Rebic so, dass er den Schritt auch scheut, weil er erlebt hat, wie es sein kann, wenn du Spieler Nummer 30 bist oder in Florenz irgendwie zu früh gehypt wirst oder nach Leipzig kommst, wo dein persönliches Befinden vielleicht nicht so viel zählt und du einfach nur Leistung zu erbringen hast. Vielleicht hat er auch Angst, einfach zu Manchester United zu gehen und da irgendwie für teures Geld nur auf der Bank zu sitzen mit einem Trainer, der, wenn du Pech hast, dich irgendwie hasst oder wenn du Glück hast, dich komplett gut leiden kann. Ist auch, vielleicht will er das nicht. Ja, vielleicht, ich befürchte Leute, dass er wirklich zur Bayern will. Aber da darf man auch nicht vergessen, die haben auch Coman, Gnabry, Robben und Ribéry noch. Also ich, ihr habt es letzte Woche, fandet ihr nicht so gut, ich bleibe trotzdem bei meinem Modell. Vielleicht kauft Bayern uns den diesen Sommer schon ab und wir leiten uns ihn noch ein Jahr aus. Ah, okay. Gut, wir werden sehen. es ist halt extrem ruhig. Also das muss man sagen. Ja, das stimmt. Ist auch noch im Urlaub, was wir auch nicht vergessen dürfen, die Aussagen von Hütter, dass er sagt, ja, wir brauchen auf dem Flügel noch ein, zwei Spieler und bringt damit auch Ribéry ins Dings. Es kann halt auch sein, dass wirklich das Talent von Juventus kommt plus noch zwei Flügelspieler, wenn Ribéry geht. Also das ist, ich bin sehr, sehr gespannt und wir dürfen mal einfach noch nicht vergessen und gerade bei Bobic, wie der Marvin es glaube ich letzte Woche gesagt hat, Boateng ist auch erst ziemlich spät gekommen und Ribéry ist auch, also vielleicht kommen da noch welche, die, wo man jetzt die Trainingslage in anderen Vereinen abwartet, wer da eben der Stendera ist. Also dass man guckt, ich bin da sehr, sehr, sehr gespannt, aber ich wiederhole und um das jetzt abzuschließen, ich bin momentan einigermaßen zufrieden und ich habe keine Ahnung vor der Saison gerade. Ich auch. Aber jetzt, ja genau, wir sind ja immer noch weiter dabei. Es ist immer noch so, die Thematik, die ich eben schon angesprochen habe, die Eintracht hat jetzt, also wenn jetzt der gute, der Stendera geht, haben wir glaube ich nur noch zehn deutsche Spieler, du brauchst zwölf, ne? Das ist immer, warte, genau, du brauchst noch zwei Stück. Das heißt, und die Eintracht ist ja offensichtlich auch auf der Suche nach deutschen Spielern. Es stellt sich halt die Frage, was da möglich ist. Du hast jetzt, wir hatten ja irgendwann mal über Höwedes gesprochen, ne? Der ist ja jetzt zur Lokomotive Moskau gewechselt. vielleicht hast du noch den einen oder anderen im Kecher, also wer momentan ablösefrei ist, ja, es ist ja halt, es passiert da relativ wenig. Du hast Philipp Wollscheid momentan, der zuletzt beim Metz war, der eine oder andere mag ihn auch kennen, hat sogar mal zwei Länderspiele gemacht. Der hat aber seit Jahren kaum noch Fußball gespielt. Ich bin mal gespannt, wo es den hin verschlägt. Also der hat ja eine richtig krasse Abwärtsentwicklung gehabt, nachdem er irgendwann ja mal ein paar ganz gute Spiele gemacht hat. Damals natürlich noch bei Nürnberg, dann auch bei Bayer Leverkusen nicht so schlecht gewesen. Aber Upstoke City, wo er eine Saison komplett gut oder durchgespielt hat, ist es bergab gegangen. Es sieht jetzt mittlerweile gar nicht mehr gut aus. Ich gehe fast von aus, dass er entweder bei einem schlechten Erstligisten oder bei einem mittelmäßigen Zweitligisten landet. Ja, und dann hast du jetzt noch Ablösefrei. Ich habe mir das jetzt heute im Vormittag mal ein bisschen angeguckt, um das hier in Vorbereitung. Naja, und dann hättest du natürlich noch Robert Huth. Alter, der Kastenkopf wäre schon mega geil. Ich hätte da schon mega Bock drauf. Der muss ja gar nicht so viel spielen. Aber allein mit seiner Präsenz könnte er den ein oder anderen leichtfüßigen Offensivspieler in den ersten Spielen der Euroleague schon irgendwie ein bisschen in Angst und Schrecken versetzen. Also, keine Ahnung, wenn er nicht viel Geld kostet. Ich glaube, es wäre auch ein Typ, hat auch mal in der Spiele gespielt, der kennt sich in England gut aus, der weiß, wie man sich behauptet. Vielleicht wäre das... Könnte je nachdem, welche Mannschaften du in der Vorrunde dazugelost bekommst, durchaus interessant sein. Ja, und dann hast du ja immer und dann hast du noch den Mann, der ganz früher eigentlich aus Frankfurt kommt, aber nie nach Frankfurt wechseln wollte, weil er war ja mal Mainzer, nachdem er ja eigentlich bei der Eintracht auch mal in der Jugendabteilung gespielt hat, der gute Herr Kirchhoff, der sich ja in seinen Auslandsstationen auch nicht so hundertprozentig durchsetzen konnte. Naja, was aus dem Spieler, dem ich ja schon eine gewisse Spielintelligenz zugestehe, defensives Mittelfeld, was aus dem Spieler wird, naja, müssen wir auch mal abwarten. Könnte vielleicht zu langsam sein, weiß nicht, wenn wir schon über Schender reden. Ja, ich bin gespannt. Ich glaube, dass die Eintracht wirklich auch noch so eine Lösung präsentieren wird. Vielleicht so ein, jetzt nicht so ein Namen wie der Marvin, aber vielleicht so ein Marius Wolf, der irgendwo bei 60 keine Ahnung rumturnt und dann vielleicht noch einen eigenen Jugendspieler hochzieht mit dem Modell, was René am Eingang gesagt hat. Ja, das ist trotzdem, ja, ich weiß nicht, ich glaube, die Eintracht sucht nach deutschen Spielern, ich glaube aber, die werden es nicht auf Biegen und Brechen machen, sondern die werden dann zur Not halt irgendwie das regeln. Sehr dertig. Du hast ja jetzt hier ziemlich viele ausgemusterte Innenverteidiger genannt. Ich glaube, dass wir in der, ich glaube wirklich, dass wir in der Abwehr fertig sind, wenn ich das so, verletten muss scheinbar, was man so hört, muss er den Trainer mehr überzeugt haben, als die Verantwortlichen, die sich das vorgestellt haben. Er muss auch irgendwie für die Kabine sehr wichtig sein, weil er so mit ein sehr lustiger Typ sein soll. Da bin ich aber auch sehr gespannt, weil ich letztens seine Berater, als ich im Museum war, sind seine Berater auch darum geturnt, als es darum ging, wer ins Trainingsleger mitfährt und so. Also ich glaube, es werden vielleicht echt noch sehr, sehr viele Veränderungen vorstellen, die wir uns jetzt gar nicht vorstellen können. Fände ich aber nicht so krass optimal, weil ich schon hoffen würde, dass so der Stamm, der sollte eigentlich jetzt schon da sein. Also dass du irgendwie denkst, okay, wir holen jetzt noch einen komplett neuen Innenverteidiger, der vielleicht wirklich potenzieller zu spielt, plus noch irgendwie einen Mittelfeldspieler und einen Außenstürmer. Ja, vielleicht ist es da ein bisschen spät. Ich würde wirklich gerne, wenn Rebic geht, würde ich gerne noch zwei Außensspieler haben und das war es dann eigentlich schon. Also ich bin da eigentlich sehr zuversichtlich, weiß aber natürlich gar nicht, was die Verantwortlichen planen und kann auch jeden verstehen, denen das zu wenig ist. Weil ich finde, der Marvin hat einen interessanten Tweet abgesetzt, ich weiß gar nicht, ob es heute oder gestern war, dass du so einen Spieler hast, wo du das Gefühl hast, die anderen können sich an ihm aufrichten und das, den Punkt sehe ich ehrlich gesagt auch, weil wir halt vom Boateng gesehen haben, dass das wichtig sein kann und ich spiele irgendwie Gacinovic, das noch nicht zutraue und Spieler wie Chandler und Russ, die will ich da nicht sehen. Ja, und da wird es auch schon eng. Also das ist, du kannst dir glaube ich nicht und das werden Spieler, die einigermaßen kleiner bin und sind auch im ersten Jahr nicht so krass machen, wie der Prinzess gemacht hat, irgendwo hinkommen und sagen, ich bin jetzt hier der Chef. Kannst du auch nur machen, wie beim Prinzess, wenn es keinen gibt. Ja, wir hatten ja schon auch über die Kategorie Scharen geredet. So einer, der so ein bisschen manchmal vielleicht das Spiel beruhigt, wenn die jungen Wilden irgendwie nicht weiter wissen. Haben wir vielleicht aber auch schon mit Abraham, wer weiß das. Ich bin da sehr, sehr gespannt. Und wir sind, über Fabian haben wir halt auch noch keinen Mord geredet, wo man auch nicht genau weiß, was passiert. Meine Vermutung ist immer noch, dass er irgendwie im Winter abhaut. Aber das sind, das sind echt noch mehr Baustellen, als ich dachte, jetzt in der Situation, wo wir drüber reden. Aber alles kein Muss. Genau. Das sind alles so, ja, mal sehen. Also du bist ja bei Rebic auch in einer komfortablen Position. Hoffentlich. Ich hoffe nicht, dass jetzt, also wenn das passiert, glaube ich, dann gar nichts mehr. Wenn uns erzählt wird, der hat keinen Ausstiegsklausel, der wechselt plötzlich für 18 Millionen nach München. Das würde mich hart treffen, aber das ist auch sehr unrealistisch. Da will ich jetzt auch niemandem mag es machen. Ich wollte nur verdeutlichen, mit was für Sachen wir uns eigentlich schon immer beschäftigen mussten. Und so ist es doch eigentlich okay, wenn, selbst wenn Rebic jetzt geht für viel Geld und wir holen halt nicht direkt einen Ersatz, dann steigen wir auch nicht ab, glaube ich. Und man hat halt ein bisschen Geld in der Hinterhand. Und man darf nicht vergessen, bei den Zugängen muss man Jovic auch dazu rechnen. Der hat, glaube ich, dieses Jahr 6 und nächstes Jahr 6 gekostet. Das ist für unsere Verhältnisse auch schon ein knaller Stürmer. Also das ist schon ein Stürmer, wo du denkst, boah, das ist jetzt unser Stürmer mit HLR, dann haben wir noch Pasencia und wer weiß, wenn er noch dazu kommt. Den Sturm sehe ich eigentlich okay. Aus dem Baden müssen wir schauen, was da noch kommt, aber ansonsten sind wir, wir sind, glaube ich, so wie es gerade ist, ganz gut aufgestellt. Klar, und dann kommt noch Bewegung rein, wenn Fabian geht, wenn Rebic geht, wenn Fallet vielleicht auch noch geht, wenn Russ irgendwie, keine Ahnung, sich verletzt oder, 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 oder. Torwartposition haben wir auch schon besprochen. Aber ich finde, man muss festhalten, man merkt es ja bei uns allen dreien, wir sind alle relativ entspannt und haben jetzt hier nicht so, wann reagieren die endlich und bla bla bla. Finde ich ganz cool. Grüße. Das ist alles so korrekt. Ja, und ich würde sagen, dann sind wir dann auch quasi für diese Woche schon wieder auf der Ziel geraten. Es ist eine kurze Folge, weil es ist noch Sommerpause und es ist warm und mir fließen die Ohren unter diesen Kopfhörern hier gerade weg. Wir wollten euch aber in dieser Sommerpause nicht ganz allein lassen. Es wird jetzt unter Umständen nochmal ein kleines Bäuschen geben, weil wir noch nicht so ganz mit unseren Urlauben durch sind. Aber, Leute, bevor ich dich jetzt voll in die Parade, aber Leute, ich will mal wissen, was ihr davon haltet. Sagt uns doch mal, was ihr denkt, wie ihr das findet, dass die Eintracht jetzt mit ihrem eintracht.de und so weiter und so fort so auch so eine ziemlich krasse Coverage von, natürlich von dem Trainingslager, machen dann selber Interviews und so weiter und so fort. Guckt ihr euch das an? Seid ihr dabei? Macht ihr den Livestream an? Ich will einfach mal wissen, vielleicht seht ihr das nämlich auch ganz anders. Vielleicht sagt ihr, nee, Leute, ich finde es super. Ich brauche da keine zweite Quelle mehr. Das ist das, was ich so nutze, weil da weiß ich darüber Bescheid. Instagram, die machen ja sehr viel und das machen sie auch gut, das muss man ja sagen, also da gibt es ja auch, das ist auch eine gute Qualität und so weiter und so fort. Findet ihr das geil oder nutzt ihr das eher nicht so? Lasst mal einen Kommentar, da würde mich interessieren und ansonsten empfehlt uns natürlich bei Spotify, das übernehme ich jetzt auch, aber jetzt gehen wir wieder zurück zum René, sorry. Genau, spannende Frage, würde mich echt auch interessieren, was da von euch so an Feedback kommt und eine Empfehlung ist immer super. An dieser Stelle nochmal Danke an alle, die uns bereits empfohlen haben und die uns auch, weil wir jetzt hier den letzten Tag des Monats haben, im vergangenen Monat supported haben. Das hat wieder sehr gut getan und freut mich oder freut uns immer wieder zu sehen, dass es viele gibt, die uns regelmäßig unterstützen und da jetzt auch wieder ein paar neue Namen drinstehen. Also ist echt super. Vielen, vielen Dank. Ja, damit wir, würde ich sagen, machen wir den Sack zu und melden uns in nicht allzu ferner Zeit in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut. out. poll роз Outro Outro